Du bist eine Katze, oder was? Du bist kleiner als ich. Du bist ein abgewandelter Nanachi-Avatar aus einem Anime. Ich möchte mal anmerken, du bist kleiner als ich und ich bin ein Zwerg. Also, mein Charakter ist ein Zwerg. Hab da noch andere Sachen da? Was hab ich denn noch so da? Mein Charakter ist ein Zwerg. Ich bin ein ziemlich kleiner Charakter. Das ist mein Charakter schon vergleichsweise... In dem Spiel recht kleine Charaktere. Ich glaub, das Größte, was ich habe, ist der Roboter, aber der ist ein recht inkompatibel Akte. Kleiner Puff. Hey, den hab ich noch. Siehst du meinen Charakter, oder? Den muss ich gleich erst mal konfigurieren. Oh. Der passt zu dir. Ja, die Lautstärke ist je nach Abstand. Das ist logisch. Okay, ich brauche... Was ist mit Mordi? Kommt der auch noch dazu? Kommen wir den Mordi auch noch mit hin? Theoretisch. Ich glaub, mir gefällt mein Charakter. Den kann ich so lassen. Der ist in Ordnung. Der passt. Den Gesicht verwirrt mich ein wenig. Das ist ein wenig, ja. Mein Kopf stößt an deinen Arm. So passt das. Ich geh mir mal ein bisschen was an Charakteren besorgen. Irgendwas interessantes hier. Ach, da bist du hingewuselt. Oh, hi. Du bist groß. Puff, ich meine... Ich bin Perita Schnabbeltier. Okay, dann können wir jetzt nur noch warten darauf, dass er uns die Anfragen schickt. Den brauche ich. Bin ich jetzt Mr. Meeks 6? Bei dir ist es... Ja, bist du. Bei dir ist es wenigstens einfach, einen Avatar anzunehmen. Morty. Präsident Morty. Wenn du einen Avatar für später speichern willst, kannst du... Als Favorit. Kannst du unter Avatars den ganzen Alls Favorit speichern, genau. Favorit. Oh, ich kriege gerade eine Anfrage von Deadlight. Sehr cool. So muss der Meeks. Avatar. Favorit. Ich brauche noch Mickey Maus. Du musst mir noch suchen. Ein Grusel-Clown. Hilfe, Prof. Das ist ein Grusel-Clown. Prof, beschütze mich. Prof, ich habe Angst. Das ist ein Grusel-Clown. Cheating Bones. Unhack. Der wird geupdatet. Nett. Aha. Sprichst du Deutsch? Oh, na. Natürlich spüre ich Deutsch. Hi, Eid. Ja, ich bin korrekt. Jetzt sind wir schon zu viert, aber Modi ist immer noch nicht da. Hm. Er hat gesagt, jetzt hat es gerade funktioniert mit dem Hinterher-Joint. Also er ist jetzt gerade in ihm gespawnt. Also das ist nicht Modi. Nee. Das ist mir auch klar. Hallo schon. Kagi? Jo, hier. Hi. Da bist du. Da ist er ja. Hi. Okay. Jetzt sind wir schon zu viert. Oh. Du bist wer jetzt? Und wer bist du jetzt? Ja, das ist doch ganz lustig. Das ist doch hier. Wie heißt dein Charakter, der bleibt? Modelf. Äh. Dings, der aus... Das ist Dings. Ich... Ja. Ich habe den Film nicht geguckt. Nie geguckt. Alter, ernsthaft? Ernsthaft. Dafür habe ich leider diesen Film. Ich gucke den mindestens einmal im Jahr. Ich meine, ich habe die Namen alle vergessen, aber... Dafür habe ich diesen Film hier geguckt. Ich habe gerade was getreten. Was habe ich getreten? Oh, eine Kiste. Oh. Ein Knuckles. Passiert. Wir haben hier einen Knuckles. Du nicht die Weg. Ja, ich weiß. Du weißt, die Weg. Ich weiß die Weg. Du musst Ebola haben, die Weg haben. Ich habe Ebola. Du weißt, die Weg. Gut. Alles klar. Wenn man einen Avatar hat mit Emotes und ähnlichen... Also, dass man... Ach du Scheiße. Kann man die machen mit Shift... Ein cooler Automat. ...at 12 am Desktop. Ich nehme eine Fanta. Okay. Ich habe keine Ahnung. Ich gehe irgendwas. Oder ja. Warte mal. Ich bin Clown-Bar... Ja, mein Konto, dass ich irgendwie hier... Eine Fanta, bitte. Ich habe Sinn, ähnlichen... Na, da bin ich ganz froh. Habe ich hier irgendwas Spezial? Oh, tatsächlich. Oh. Natürlich noch dabei. Wir haben hier einen Knackes. Das ist vielleicht ein Avatar für dich. Das ist vielleicht für einen Avatar für dich, ja. Was, wie, was, wo, wann? Äh, nee. Ich habe schon irgendeinen. Das ist mal getrackt auf. Ich finde den hier super. Das bin jetzt nicht ich. Ich würde gerne... Ich würde gerne Avatar aus Herr der Ringe nehmen. Also, das wäre ganz super, wenn es einen Avatar aus Herr der Ringe gäbe. Das wäre natürlich sehr super. Autsch. Was für ein Avatar? Wollen wir noch irgendwo hin? Oh, aber es ist Hilfe. Ähm. Das ist Mr. Bean. Das ist Copyright Music. Ähm. Das ist egal, du bist eh geklemmt. Ähm. Wie wär's denn hiermit? Ja, immer. Ich bin gerade einmal ganz kurz ins Hub gegangen. Gleich liefen etwa drei Rapsongs. Da bin ich. Es ist hier ziemlich voll. Äh, ja. Okay. Okay. Es ist hier ein wenig voll. Ähm. Was ist los? Was ist los? Harry, du bist der Lizard! Die Idee wäre jetzt so, in einer der klassischsten Maps in VRChat in den Great Puck zu gehen, also in die VRChat Kneipe. Ja, ich habe vorhin hier eine Kneipe gesehen, da könnten wir rein. Da war ich vorhin schon... Die Great Puck ist da halt so der Klassiker. Hier in der Barista, das habe ich, da könnten wir reingehen, das ist cool. Wie kann ich euch damit reinladen? Welche? Komm, ein Labarista. Hier ist ein Portal. Prof. Na dann? Rein da. So, ich habe den Modi eingeladen. Prof. Hau nicht ab. Vielen Dank! Beste greche! Gehehe. Bekst du dich an die Augen? Leer du dich an die Augen? Die Augen. Komm, wof. 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 Wie, wof. 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 Hey, Modi, da ist er in dich mal. Ich hab noch ein bisschen, ja. Der hat ein bisschen gebraucht. Der hat ein bisschen gebraucht. So, ich bin da mein Käffchen trinken. Der Zweck geht Kaffee trinken. So. Du steckst im Tisch. Ich weiß. Milch. Danke. Bitte, ist gut für die Knochen. Grown Zero. Was gibt's denn sonst hier so schön? Gibt's ein Käffchen? Hier. Kann ich das werfen? Hier ist hell. Irgendwas hast du dir jetzt. Kaffee? Ja, klar. Gib her. Gut, hier. So. Danke. Ich hab noch ein paar Kuchen Milch. Wo ist meine Milch? Wo ist meine Milch? Wo ist meine Milch? Wo ist meine Milch? Ich hab noch ein bisschen, was auch immer das ist. Kaffeepulver. Nom. Am Kaffeepulverfahrt zu schluckt. Dann renne ich doch mal zurück. Wo ist Angel Luca? Achtung. Sons hinter dir. Oh nein. Achtung. Ein Dreiküpfiger Apfel hinter dir. Ähm. Was bist du denn Icarus? Icricus. Bitte. Es blendet. Sei froh, dass du nicht in VR bist. Es ist hell. Ich liebe diesen Avatar. Echt? Ein Klo. Schön. Ah. Ja Mensch. Besetzt. Besetzt. Das glaub ich nicht. Geht raus. Besetzt. Witz. Wenn ich jetzt wüsste, wie man die Mords macht. Ähm. Einfach auf Emotes gehen. Einfach auf Emotes gehen und dann sterben. Ach, da unten. Das hab ich gar nicht gesehen. Ja. Bin jetzt auf der Toilette gestorben. Auch schön. Emotes. Was nicht programmiert wird, ist nicht drin. Ne, der kann nur dasselbe. Ja. Backflip. Wie sieht's aus? Ja, ist halt bei den meisten so. Der kann auch sterben. L von L's Avatar Corridors hat's nicht wirklich mit Emote Programmierung. Ja, das ist wahr. Und ich bin ziemlich klein und Modi ist ziemlich groß. Hier ist ein Puss. Und ich bin ziemlich groß. Das ist richtig groß. Perretas schnuppelt hier. Und ich bin ein Puss. Was alles hab ich denn? Ich bin Rick Sanchez. Rick Sanchez. Kai. Neat. Oh natürlich ist er Rick. Jo. Passt auch zu mir. Aber den Zwerg finde ich immer noch am besten. Ja, den Zwerg finde ich am besten. Hier. Change. Den finde ich am größten. Ist mein Charakter jetzt. Jo. Toilettenbesuch zu fünft. Wollen wir es mal weiter umschauen? Es gibt noch ein erstes Obergeschoss. Ja. Ich war hier vorhin schon. Heute Morgen. Als ich das Spiel schon ausprobiert habe. Oh. Hi. Ich finde es wirklich toll, wie dein Charakter einfach überall stecken bleibt. Ich sehe es halt nicht. Das ist halt das Blöde. Kann ich meinen eigenen Charakter irgendwie sehen? Kann ich meinen eigenen Charakter irgendwie sehen? Kann ich irgendwie eine Second-Person-Perspektive einnehmen? Nein, warum solltest du? Das Ganze basiert doch hier drauf. Hm. Hier kann man nach draußen gehen. Kaijit. Hallo. Ade, du schöne Welt. Es war schön mit dir. Ich gehe mich umbringen. Tschüss. Ah. Ich habe mich umgebracht. Jo. Aber wir sind wieder am Eingang. Hast du dich auch umgebracht, Modi, oder was? Ich bin vor dir runtergesprungen. Ach, Mensch, ja. Das Suizid-Kommando. Wo ist denn der Modi? Äh, nee, der Prof. Hier ist der Prof. Ich bin hier. Hey, Prof. Ja. Prof ist ziemlich sexy geworden. Prof? Ja. Ich bin Indio. Das weiß ich. Super, du hast den Swergum gebracht. Tja. Stube. Ah. Aha. Jetzt kann ich hier mal sterben. Äh. Yay. Die Modes sind schon irgendwie cool. Ich jubel dir zu, Prof Prof hat gesagt, er kennt noch so ein Pub, wo er hingehen will Oh, ich kann durch den Spiegel durchlaufen Und ich kann sterben Der ist vielleicht auch noch interessant, Iris Ghan Achso, den Ja, das ist Den kenne ich auch schon Okay Eine der traditionsreichsten VR-Kneipen Aha, okay Ich bleib hier überall drin Ich bleib hier aber überall drin stecken Ähm, ja TheGreatPuck.com, die haben sogar eine Webseite Ich bin mitten im Tisch Ja, die Stühle sind nicht unbedingt für die kleineren Avatare Ähm Hier wird das glaube ich nicht besser Ich stecke dann wahrscheinlich schon halb im Stuhl Ja Bei dir geht's nicht so ein kleinerer Avatar Er hat seine Beine im Tisch Ja, meine Beine stecken im Tisch Das ist auch nicht besser Du weißt was Wir wollten eigentlich noch eine Runde UNO spielen Aber Jetzt haben wir hier die ganze Zeit Ja Wir haben 19.47 Da packen wir keine Runde UNO mehr Ne Machen wir nächstes Mal Hier gibt's keine Map für UNO, oder? Ne, glaube nicht Ich hab jedenfalls auch keine gesehen Zumal es halt problematisch war In den Einzelobjekten Ja, das war halt eigentlich ein Scherzen Aha, interessant Kannst dir ja ausdrucken, kannst ein Screenshot machen Im Screenshot kriege ich da keine vernünftige Auflösung raus Stimmt auch wieder Ist sehr beeindruckend hier Oh, wie kann man schlafen? Materialien für eine Kissen schlafen Kissen schlafen? Ich weiß noch nicht, wie man es wirft Wie wirft man Sachen? Äh, schwingen und loslassen im Desktop Ah, so Äh, ne, mit rechter Maustaste eigentlich Echt? Oh, okay Ich hab schon so lange Das ist der Desktop VR Hui Warum sollte man auch, wenn man VR ablädt? Ist doch viel geiler Ach, geht auch so Geht auch so Ja, aber es macht halt nur halb so viel Spaß, finde ich Deshalb hab ich auch irgendwann mal aufgehört Ah, verdammt Ich häng hier Äh, ja Da ist es ja Ich hätt hier aber auch nicht viel Platz Also von daher Ja VR-Chat und Beat Saber waren so die Gründe, warum ich mir VR geholt habe Also ich hätt hier schon Platz, wenn ich den Tisch wegräumen würde Und Ja Oh, ich glaub, das würde bei dir passen Könnte hinkommen Es gab mal eigentlich ein Easter Egg in der Map Oh, das wurde bei einem der letzten Updates leider zerschossen Und aktuell bastelt da glaube ich wieder rum Dass man will Unten im, äh, unten im Erdgeschoss gibt's ne Tür Die ist eigentlich verschlossen und die führt in den Keller Nach, ab, nach unten So wie kann man mit ner ganz bestimmten Sequenz an Gegenständen, die an bestimmte Stellen geräumt werden Äh, kann man diese Tür öffnen Versuchen wir's Let's do Ja Okay Aber mein Favorit bleibt immer noch der hier Ja, nee Ja, ich versteh warum Ähm Ja VR-Chat loading Ja Ja Ich weiss little Já Ich weiss Keine Hey wie Till home K nee ist klar alles klar das sind mir zu viele profs sie sind in die aber es gibt schlimmere dinge im thema avatars haben schon leute es geschafft instanzen zum abstürzen zu bringen mitsamt dem server ich schau dir in die augen das ding erzeugt eine granate die bei kontakt mit einem anderen avatar sich verfünffacht und ganz viele partikel spawnt diese kombiniert er verschwindet wer bist denn du ich bin hier wohl der kleinste immer doch ein bisschen spargel sehr gerne nehme ich mir mit nach unten ich gehe runter ich nehme es mir mit ich esse es auf dem weg hieß der typ gerade mit krieg oder ja ja sowas passiert hier ganz gerne mal und glaube ich waren ja handelchen essen für dich blitzkrieg es gehe sei gegrüßt willst du den totalen krieg und am 23 wird es richtig abgehen und da müssen wir richtig richtig Stimmung machen ich bin mir sicher er will ihn Und hier schon wieder so nackes. Ne, ist kein Nackes. Ist ein super FMS. Hey, don´t speak English very well. Was? The outhead has no... What? Oh, okay. Ähm, da bin ich wieder. Ähm, hi. Achtung auch noch hier. Alles klar. Hallöchen. Na dann. I´m out of here. Ähm, da bin ich wieder. Ähm, da bin ich wieder. Ähm, da bin ich wieder. Ähm, da bin ich wieder.